Die Karouche-Kontaker-Bedingungen kannst du verstehen als eine Erweiterung zum Lagrange-Verfahren. Mit dem konnten wir nämlich nur die Extrema von einer Funktion bestimmen unter Gleichungsnebenbedingungen. Dank den KKT-Bedingungen allerdings können wir jetzt auch Aussagen über solche Optimierungsprobleme hier treffen, bei denen es zusätzlich noch solche kleiner Gleichrestriktionen gibt. In diesem Video zeige ich dir die wichtigsten Zusammenhänge zwischen einer Lösung und den KKT-Bedingungen. Und natürlich erkläre ich dir noch, was es mit den KKT-Bedingungen auf sich hat. Los geht's! Stell dir mal vor, du stehst gerade vor dem wichtigsten Problem deines Lebens. Was ist jetzt die eine Sache, für die du dich interessierst? Natürlich die Lösung des Problems. So wie immer in der Mathematik und im Leben. Wir versuchen ein Problem zu lösen. Angenommen, dieses Problem hat überhaupt eine Lösung. Das ist ja auch gar nicht selbstverständlich, dass ein Problem überhaupt lösbar ist. Dann könnten wir die Lösung zum Beispiel X-Stern nennen. Und wenn X-Stern jetzt so eine Lösung ist, dann wird sie unsere Zielfunktion f von X lokal minimieren. Deswegen minimieren, weil wir uns hier nur ein Minimalproblem betrachten. Klar, du kannst das Problem auch umdefinieren als ein Maximalproblem, aber wir müssen uns im Folgenden entscheiden für eins der beiden, um die Bedingungen auch wirklich sauber aufschreiben zu können. Außerdem solltest du mal ein Maximalproblem haben, kannst du ganz einfach das Vorzeichen der Zielfunktion ändern und hast wieder ein Minimalproblem. Okay, also das, wofür wir uns interessieren, ist eine Lösung des Problems. Da man aber im Allgemeinen nicht einfach durch Zufall über so eine Lösung drüber stolpert, interessieren wir uns auch noch für sogenannte Optimalitätskriterien, um auf die Lösung zu kommen oder zumindest eine Aussage über eine mögliche Lösung treffen zu können. Und die besten Optimalitätskriterien, die du jetzt an dieser Stelle hier benutzen kannst, sind die Karouche-Kuntaka-Bedingungen. Also wir interessieren uns dafür, ob ein Punkt ein KKT-Punkt ist. Und wir versuchen jetzt, einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Aussagen herzustellen. Also ob ein Punkt eine Lösung ist und ob ein Punkt die KKT-Bedingungen erfüllt. Klar, das Allerbeste, was uns jetzt passieren kann, ist, dass wir einen Pfeil von rechts nach links zeichnen. Immer wenn ein Punkt diese Bedingungen erfüllt, ist es automatisch eine Lösung. Genial. Dann müssten wir immer nur Schritt 1, 2, 3 durchführen und schon hätten wir eine Lösung von diesem Problem raus. Leider ist das nicht so einfach. Wäre das so einfach, hätte ich ja ganz anders angefangen. Aber was manchmal funktioniert, ist, einen Pfeil von links nach rechts zu zeichnen. Manchmal gilt nämlich, dass eine Lösung des Problems auch diese KKT-Bedingungen erfüllt. Das hilft uns deswegen weiter, weil ein Punkt, der diese Bedingungen nicht erfüllt, auch keine Lösung sein kann. Also ist schon ein ordentlicher Schritt nach vorne. Problem dabei ist nur, dass diese Implikation nur unter bestimmten Voraussetzungen auch wirklich gilt. Eine mögliche Voraussetzung, unter der diese Folgerung hier absolut immer gilt, ist, dass unsere Nebenbedingungen alle affin sind. Alle unsere Gleichungs- und Ungleichungsnebenbedingungen. Affin bedeutet dabei einfach sowas wie, naja, in der Analysis- oder Schulmathematik hätten wir vielleicht gesagt, linear. Also sowas wie die Funktion 2x plus 3. Einer aus der linearen Algebra würde allerdings sagen, Vorsicht, nur 2x ist eine lineare Abbildung. Mit so einer Konstanten hintendran ist es eben eine affin-lineare, eine verschoben-lineare Funktion. Also du merkst eine kleine Spitzfindigkeit. Ich will nur sagen, dass solche Konstanten hintendran addiert oder subtrahiert werden, vollkommen in Ordnung sind. Also solltest du eine Funktion haben, 4x minus 3y plus 5 zum Beispiel, kleiner gleich 0 ist gleich 0, was auch immer dort oben steht, dann gilt das auch. Das ist auch eine affin-lineare Funktion. Sollten alle Nebenbedingungen ungefähr von dieser Gestalt sein, dann gilt diese Implikation. Sprich, sollte mal ein Punkt die KKT-Bedingungen nicht erfüllen, dann kann es auch kein lokales Minimum sein. Jetzt ist es im Allgemeinen aber so, dass unsere Nebenbedingungen nicht unbedingt alle affin-linear sein müssen, weil zum Beispiel in einer mal ein Quadrat drinne vorkommt oder eine Wurzel oder ein Logarithmus von mir aus. Trotzdem können wir diese Implikation hier sichern unter noch anderen Voraussetzungen. Zum Beispiel, wenn der betrachtete Punkt regulär ist, also wenn er eines von verschiedenen Regularitätskriterien erfüllt. Schauen wir uns doch gerne nochmal in einem anderen Video an, wenn dich das interessiert. Das Problem an der Sache ist allerdings, dass man einen Punkt erst kennen muss, um ihn auf Regularität zu überprüfen. Also geht man im Allgemeinen davon aus, dass erstmal alle Punkte regulär sind. Dann stellt man die KKT-Bedingungen auf und löst sie. Man findet alle Punkte raus, für die die erfüllt sind und prüft dann diese ausgerechneten Punkte auf Regularität. Jetzt stell dir aber mal vor, dass eine Lösung sich hier gar nicht erst berechnen lässt, weil sie nicht regulär ist. Und ja, solche Fälle lassen sich ziemlich einfach konstruieren. Fälle, wo sogar die globale Lösung nicht gefunden wird, weil sie die Karusch-Kontakka-Bedingungen nicht erfüllt, weil dieser Punkt nicht regulär ist. Das soll dir einfach nur zeigen, dass die Aufgaben, die in einer Prüfung kommen können, wirklich sehr mit Bedacht gewählt werden und auch wirklich sich nur auf ein Minimum beschränken können, vom Schwierigkeitsgrad her. Bevor ich dir jetzt gleich zeige, was es mit den Karusch-Kontakka-Bedingungen auf sich hat, möchte ich dir zumindest noch ein Regularitätskriterium zeigen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste von allen. Die sogenannten Slater-Bedingungen. Der Mathematiker Slater hat nämlich herausgefunden, dass wenn jetzt ein paar Bedingungen erfüllt sind, ein paar Voraussetzungen an unser Optimierungsproblem. Und wenn ich das bemerken darf, die sind gar nicht mal so knapp, also schon eine ordentliche Einschränkung von unserem Problem. Aber sollten die erfüllt sein, dann ist die Aussage, die wir treffen können, umso genialer. Slater hat herausgefunden, sollte unsere Zielfunktion konvex sein, x², x hoch 4, e hoch x zum Beispiel, aber auch alle nicht affinen Ungleichungsrestriktionen, wenn jetzt sowas steht wie x² plus y², kleiner gleich 0, sollten all die konvex sein und alle anderen Restriktionen, alle anderen Ungleichungsrestriktionen und alle Gleichungsrestriktionen affin sein, wie wir es gerade eben besprochen haben, und dann zusätzlich noch eine Bedingung erfüllt sein sollte für nur einen einzelnen Punkt aus unserem gesamten Gebiet. Dann gilt, dass wirklich alle Punkte des Gebietes regulär sind. Und das ist eine unglaubliche Aussage. Damit umgehen wir nämlich das Problem von eben, was wir hatten. Wenn nur für einen Punkt diese Voraussetzung erfüllt ist, dann gilt, dass absolut alle Punkte regulär sind und diese Folgerung ist immer richtig. Und wir können da sogar noch einen oben draufsetzen. Sollten diese drei Bedingungen hier mal erfüllt sein, dann gilt sogar die Umkehrung. Sprich, wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind und ein Punkt ein KKT-Punkt ist, dann ist es automatisch ein lokales und sogar globales Minimum von unserem Problem. Kommen wir aber endlich mal auf den Punkt. Was genau sind denn jetzt diese Karouche-Kuntaka-Bedingungen? Du kannst ja merken, insgesamt gibt es fünf Stück. Und um die dritte Bedingung besser zu verstehen, lass uns nochmal kurz die Lagrange-Funktion ins Gedächtnis rufen. Weißt du noch, wie die aufgestellt wird? So eine Lagrange-Funktion, die besteht doch zuerst einmal aus der Zielfunktion, also die Funktion, die wir jetzt minimieren wollen, von der wir das Optimum rausfinden wollen, plus Lambda mal der nach Null umgestellten Nebenbedingungen. Und wenn es mehrere nach Null umgestellte Nebenbedingungen gibt, gibt es auch mehrere Lambdas. Lambda 1 mal G1 plus Lambda 2 mal G2. Also allgemein mache ich das mal hier so in Vektorschreibweise, weil es wieder so aussieht wie der eindimensionale Fall, zumindest von Optik her. Sollte es jetzt aber noch Ungleichungsrestriktionen geben, kleiner gleich, dann machen wir es so, dass wir für jede einzelne kleiner Gleichbedingung uns ebenfalls einen Multiplikator ausdenken. Zum Beispiel nennen wir den µ. Haben wir µ mal h. Und siehst du das? Das ist die ursprüngliche Lagrange-Funktion, die jetzt erweitert wird, um, naja, weitere Summanden für jede kleiner Gleichrestriktion und eben noch ein weiterer Summand mit einem eigenen Multiplikator. Und einfach mal, um das Ganze zu vergleichen, wie hat man denn extremer berechnet, wenn es keine Nebenbedingungen gibt? Also wenn es weder h noch g gibt, sondern nur die Funktion f. Das war doch ziemlich einfach. Da haben wir nur den Gradienten der Zielfunktion zu 0 gesetzt, notwendige Bedingungen, und dann das Ganze nach x, y, z, wie auch immer umgestellt. Sobald es jetzt aber istgleich Nebenbedingungen gab, also stellen wir uns mal vor, kein h, sondern nur f und g, dann waren wir beim Thema Lagrange. Und auch bei Lagrange war es so, dass wir den Gradienten dieser neuen Funktion zu 0 gesetzt haben als notwendiges Kriterium. Also den Gradienten von f plus lambda g haben wir zu 0 gesetzt. Und dreimal darfst du raten, was wir jetzt tun bei kleiner Gleichnebenbedingungen. Also wenn es wirklich das volle Paket hier gibt. Naja, genau. Wir werden einfach nur die gesamte Funktion, die da oben steht, ich kürze es mal ab mit L, ableiten und dann zu 0 setzen. Das hier ist die dritte KKT-Bedingung. Es gibt aber noch ein paar andere, deswegen schreibe ich mal ganz allgemein hin, KKT. Das werden wir tun, wenn es kleiner Gleichnebenbedingungen gibt. Ein beliebiger Punkt heißt jetzt KKT-Punkt zu unserem Problem. Wenn er diese fünf Bedingungen hier erfüllt. Die ersten beiden Bedingungen stehen für die primale Zulässigkeit. Also ob ein Punkt überhaupt zum Problem dazugehört. Siehst du das? Wir haben nochmal hier diese Gleichungs- und Ungleichungsrestriktion. Und stell dir mal vor, ein Punkt gehört nicht zum Problem dazu. Dann kann er natürlich auch nicht KKT-Punkt des Problems sein. Das steht hier eigentlich nur. Viele schreiben das deswegen auch gar nicht mehr mit hin, sondern nur noch diese drei hier unten. Aber ich würde dir empfehlen, sie trotzdem mitzuschreiben. Denn es gibt Aufgaben, wo die unteren drei Bedingungen erfüllt sind, der ausgerechnete Punkt aber nicht mehr zulässig ist. Also schreib sie mit hin, dann hast du diese Bedingungen immer nochmal mit dem Blick. Diese dritte Bedingung, darüber haben wir gerade eben gesprochen. Das ist diese Gradientenbedingung. Wie du es auch schon aus der Schule kennst. Für ein Extremum muss die erste Ableitung 0 sein. Bei einer Variable war es die erste Ableitung. Bei mehreren Variablen war es der Gradient, der 0 sein muss. Wenn wir Gleichungsnebenbedingungen haben, ebenfalls der Gradient der Lagrange-Funktion muss 0 sein. Und bei kleiner Gleichbedingungen hören wir damit nicht auf. Auch hier muss der Gradient, also alle ersten Ableitungen, gleich 0 sein. Die vierte Bedingung, die ist tatsächlich die trügerischste von allen, denn die ist nicht so offensichtlich. Hier steht nämlich, dass alle Multiplikatoren, die zu diesen kleiner Gleichrestriktionen gehören, alle größer gleich 0 sein müssen. Aber das ist seltsam, denn für die Lambdas scheint das Ganze ja nicht zu gelten, sondern nur für die Multiplikation von den kleiner Gleichbedingungen. Das liegt an der dualen Zulässigkeit. Um das zu erklären, müssten wir jetzt aber in die Dualitätstheorie abdriften und damit möchte ich dich jetzt an dieser Stelle verschonen. Wir schauen es uns mal irgendwann in einem anderen Video an. Glaub mir einfach an dieser Stelle, dass alle diese Multiplikatoren größer gleich 0 sein müssen. Die letzte Bedingung, die Komplementaritätsbedingung, die ist wieder, naja, etwas intuitiver. Entweder ist ein Multiplikator 0 von diesen Ungleichungsrestriktionen oder diese Ungleichungsrestriktion selber ist gleich 0. Sie kann ja kleiner oder gleich 0 sein. Wenn sie gleich 0 ist, nennt man sie aktiv oder bindend. Der Grund, warum das hier gilt, steckt eigentlich hier in drittens mit drin. Gradient bedeutet ja eigentlich alle partiellen Ableitungen nach den Variablen, x, y, z und so weiter und so fort, dann noch nach den Multiplikatoren Lambda und nach µ. Wenn man nach Lambda ableitet, kommen die Nebenbedingungen g raus, die ja sowieso schon 0 sein müssen. Okay, das steckt schon in erstens mit drin. Aber wenn wir hier nach µ ableiten, dann kommt ja gerade unsere Restriktion h bei raus. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder liegt ein Extremum im Inneren des Gebietes, dann haben wir erste Ableitung gleich 0. Das wäre der Fall, wenn h gleich 0 ist. Oder wir haben so etwas hier, dass wir den kleinsten Punkt am Rand annehmen. In dem Fall wäre unser µ gleich 0. Und um beide Fälle abzudecken, entweder das eine oder das andere 0, hat man sich einfallen lassen, schreiben wir es doch in dieser kurzen Aufschreibweise hier. Entweder wird das µ 0 oder das h. und haben damit alles schön kompakt zusammengefasst und können dann sogar, wenn wir die KKT-Bedingungen überprüfen, direkt mit der Fallunterscheidung hier beginnen. Ich weiß, das wirkt etwas kryptisch, weil wir hier das Ganze nur formal machen und gar nicht direkt am Beispiel. Aber schau dir dafür unbedingt noch das nächste Video an. Da zeige ich dir, wie einfach die eigentlich umzusetzen sind, wenn du mit System rangehst. Also bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich zufällig demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere Online-Kurse von mir zur Klausurvorbereitung verlinkt, mit denen schon mittlerweile über 3000 Studenten ihre Prüfungen bestanden haben. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du möchtest, dass in Zukunft auch weitere Content erscheint, dann erzähl einfach deinen Freunden, deinen Kommilitonen und deiner Familie von mir und abonnier den Kanal. Danke dir.